Ich hab noch eine Okay Die haben wir ein bisschen kleiner gemacht Zur Stadthalle Na da wo die anderen kaputt sind Bittere Rückkehr Ja die sind alle draufgegangen hier drin Och guck dir an die liegen schon die Leichen Oh fuck Das kann ja noch lustig werden hier drin Ja unten ist Ja eine Werkbank Oha hier siehts ja echt lecker aus Oh da unten ist so ein Monster Moppy Sollen wir mal eine Bombe runterschmeißen oder Ich weiß nicht ob das jetzt schon Sinn macht Man eigentlich könnte man es probieren Willst du denn eine runterschmeißen oder dann Ich hab mich drauf dass wir das mal sehen Ich glaub der sich nicht auf mich fixiert gerade Oha hat mich jetzt mit umgeworfen Das wäre auch gut Das war eine Prostelle Hat dieser Monster Moppy keinen Kopf Ich hab da gar keinen Kopf gewählt Ja den Kopf sieht man nicht Weil er in so einer Zwangsjacke drin ist Das ist ein bisschen komisch aus bei ihm Der hat so eine Maske auf wie Hannibal Lecter Kommen wir jetzt hier irgendwie runter Hier ich mach grad ne Tür auf Ich hab dich im Gruß von Dana Ja Ja Liebe Güsse zurück Ne warte 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 Da höre ich schon helft mir Weiße So Ja und hier unten Von hier unten kamen ja auch welche Ähm Können wir nicht hier noch irgendwo Nein hier müssen wir sowieso lang glaube ich Waffen reparieren oder so Ja das war glaube ich woanders Ich weiß es nicht mehr also ich finde das ein bisschen unglücklich Guck mal hier kann man auch aufmachen Ja Mach mal Ich geh mal ein Stück zurück Oh Gott Okay Oh Oh Wir waren die Guck mal da vorne da ist wieder ordentlich wird los Also ich finde ja die müssen Unmengestaschen Wer wird denn jetzt Du verlässt jetzt spielbar Ja wir sollten wahrscheinlich im Gebäude bleiben Und ich hab gedacht gehst du mal raus Ein bisschen Spaß haben weißt du Ja ich auch Sollte ich nicht ihr sollt erst im Gebäude weitermachen So okay Gut Dann werde ich erstmal ein bisschen reparieren Ja warte siehste da kann ich auch denn mal machen Mal herstellen kann ich nicht allzu viel Ja siehste apropos doch ich kann starkstrom Aufprall Schocker könnte ich machen Und eine Diobombe Und die Diobombe macht definitiv Sinn Bei dem Rest lass ich dir gerne frei So aber jetzt kann ich kein Schocker mehr machen Achso Okay Aber ich hab eine Diobombe hergestellt Und jetzt wollte ich noch reparieren ne Ja genau Diobombe müsste ich auch mal gucken ob ich da noch eine herstellen kann Äh Ja okay er zeigt mir an Ja Eins Zwei Achso ich wollte doch das Tanto ausrüsten Wo ist denn das Also ich persönlich fand es nicht so gut Tanto Okay Ne Ist ähm So kurz Variante geht in Richtung Katana Wo sollen wir denn jetzt nur hin Ich weiß nicht wir haben hier so eine komische Questmarkierung Ja hier oben Ich glaube erstmal sollen wir hoch Denn hier durch Also wir sind schon Hier oben Wir sind schon mehr oder weniger die richtigen Wege lang So hier hinten war noch irgendwo ne Tür oder so Und durch sollten So und jetzt ist die Frage Achso da rein ja okay die aufbrechen sollten wir Und dann sind wir auch noch mehr Genau Und dann gehen wir ja auch noch mal So reden wir ja auch noch mal Ah ja das steht das bei der aber so viel Energie hat er jetzt nicht gebraucht 212 haben wir ja jetzt nicht so prickelnd wieder eine Tür mit aufbrechen? Ne, die geht so auf hört sich aber auch nicht gesund an hier hat einer gestanden hier hat einer gestanden mal gucken, wie sind es nicht? wo kann man das? kann ich mich mal beschützen würde? mache ich danke kriege ich hier noch irgendwas machen? ich glaube da ist noch was in der nähe hier unten unter uns und da kommen auch noch welche geradezu bei dem roten auto da ist noch einer genau die anderen die trampeln hier unten rum unter uns ja da komme ich jetzt nicht hin aber ich finde das schon mal schön dass man an so dick ran kann und da ein bisschen mit da fällt mir schon so heißt für uns wir müssen hier irgendwie durch runter meine güte halten nicht viel aus eh meine güte halten nicht viel aus eh da hinten wartet jemand auf uns das ist der bürgermeister der bürgermeister ist seit ich meine wir könnten auch eine el granada schmeißen ja könnte man machen wir mal wieder raus oder ich auch und dann machen wir mal el granada und rückzug er hat seinen kopf verloren und er ist hingefallene einfach fertig ich meine warum sollen wir noch looten bestimmt warum sollten wir auch ewig darum spielen dann können wir den auch gleich eine granade für den bauplan zauberstab zauberstab das ist ja zauberhaft heute ja so so sollen wir jetzt lang und hier wieder zurück und dann ach jetzt geht's hier auf ach hier ist die tür jetzt auf oder was sollen wir jetzt nach unten ja die rote fahre zeigt nach unten also ganz nach unten ach hier ja hier ist ja alles überrannt also oh wer bist du denn hier bin ich irgendwie falsch hier bin ich irgendwie falsch was ist denn der zauberstab mal gucken keine ahnung ich weiß gar nicht ob wir das überhaupt sehen bei den materialien nicht haben doch der zauberstab ist da fehlt mir noch ein klebeband ja mir fehlen drei klebebänder glaube ich ja was ist denn hier noch drin nichts entkomme ach doch wir sind richtig wir müssen hier hin ja wir müssen jetzt abhauen hier ist ja alles überrannt worden das habe ich jetzt davon der balance ich helfen wollte ja ja dort auf jeden fall mit euch nur einen weg zu den slums seid doch nicht immer so aggressiv sagt mal der hat sich zwangsläubig hingesetzt ja ich meine voll ohne bein kann er ja nicht mehr stehen nämlich wirklich aber das machen hoch gott zum strahl das ist sehr gut und aber im schild kriegt er jetzt auch noch genug schaden ja ja es wirkt er ja noch ein bisschen nach aber manchmal reicht es nicht und das war jetzt nicht schlecht aber ich habe so ein bisschen so dass die bämmchen nicht reichen es hat er dann kommt herunter gesprungen und wir kommen doch ich gehe mal da oben ein schlag und der kopf war ab dort ist so sehr schön hier ist eine weltkontrolle ja das ist auch sehr schön ich mach da drei johann ich wollte eigentlich was reparieren hatte ich die jetzt eigentlich schon abgült verpasst automatisches gewehr schräg das macht schon ordentlich der mensch das gewehr das wäre natürlich schön dafür regelmäßig der munition zu finden könnte man doch ordentlich mit was mit was weißen so bist du schon weitergegangen ist oder ja ich bin auch schon fast gestorben also macht ja nix warte hier ist wieder ein hatte hier ist wieder ein schöner explodieren können ja es kann nicht aufstehen alte genau liegen bleiben haben wir nicht erlaubt immer diese nicht genehmigten protestaktionen als ich gar nicht hätte stiefel des todes ich habe keine hackenschuhe nicht der zweifel dabei er und sonst wird verloren guck mal dahinten kommt noch zwei und hier in der werkbank das und hier ist heilung an der wand so ein medikit schön artgerecht zerlegt hier gleich um die ecke ist ein medikit hier an der wand und wieder ein rohr an der wand ich finde es super war das zeug ist nicht mehr ich weiß nicht wer das genommen hat ob du oder keine ahnung vorhin konnte ich auch nehmen da hast du genommen und ich konnte auch nehmen verstehe ich hier im spiel nicht von mir ist es jetzt nicht da du hattest jetzt wieder eins da ja ach hier ist mob sie wieder und noch einer oder was oh shit da ist wieder sonnen oh shit da ist wieder sonnen ok ich denke wir mal geradeaus war weißt du noch den einen auf der toilette den haben wir nicht mehr schön behakt ja ja warte vorsicht oh ja schmeißer wöbel zack ok den hat sich nicht mehr warte fettig kipp gleich um ich könnte auch noch mal ne Pistole ein bisschen nachhelfen so schön verbindung fehlgeschlagen verbindung zum server unterbrochen an die du bist gerade rausgekickt worden nein ich bin wieder da du bist wieder wo bist du denn ich bin immer noch bei den ich bin immer noch bei den bei den leuten hier unten wie bei den leuten na da wo wir gerade gekämpft haben da bin ich ich auch aber bist du jetzt in deinem eigenen spiel nee ich habe ja kein eigenes spiel serververbindung nicht möglich netzwerkfunktionen für das spiel oder diese app können erst verwendet werden wenn die verbindung hergestellt wurde äh was geht denn jetzt ab jetzt hat er unsere connection getrennt ich lauf mal einfach ein stückchen weiter gucken wir mal was wir haben hier im keller keinen empfang wo wir gerade laufen ja ja gut jetzt stehst du vor verschlossener tür verbindung zu plösser ist ein netwerk getrennt lediglich die spielmodi lan und einzelspieler sind derzeit verfügbar hat er dich jetzt raus gekickt weil du musst ja irgendwo sein harni hörst du mich doch hörst du mich doch auch in deinem spiel ich weiß wo sich wo du bist wenn ich das anpinnen könnte bist du über mir ich weiß auch nicht ja du musst es weiter runter kommen dann bist du fast bei mir also weit bist du nicht ich sehe dich ich sehe dich ja schön ich mach mal die tue auf ich mach mal die tue schon auf gestorben weil ich runter gesprungen bin oder warte mal kann ich mich heilen ich sollte hier nicht runter springen ist irgendwo der leiter ich weiß es nicht die bin ich in die hoch gekommen ich habe einen ziegelstein hier ist eine leiter oh harni ich glaube die behaken dich gerade ich mach mal die tür auf dann komm mal rein ich mach die gleich wieder zu da war nur noch ein gegner drin auch gut aber so kann man sich ja auch erstmal ein bisschen behelfen wenn es zu viele gegner sind Achtung Achtung der schönste man im stream wird gebeten die party zu teilen danke sehr was für ein zweifelhaftes kompliment das liegt ihm auch er weiß doch wie das ist manche sachen kann man einfach so oder so sehen ja subjektiv jetzt hör auf zu diskutieren also wirklich und weitermachen machen wir ein bisschen haben wir noch vor uns also ich denke mal wenigstens bis halb oder so werden wir machen also guck mal hier hier ist verlangt auch ein bisschen abhängig davon wie weit wir jetzt kommen wir haben uns ja auch eigene ziele gesetzt sage ich jetzt mal da sind ja wieder ordentlich liegen bleiben jetzt bist du wirklich tun ja 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 ein bisschen seltsam aber auch schöner so naja ich meine bis erwartende von so einem verehrten zombie wo guck mal daher wer da ist aber er fliegt nicht mehr so schön ist ja das mal aufgefallen so wie vorhin ich habe vielleicht anders getroffen oder so ich weiß nicht ich konnte ihm voll in die augen sehen im griff der bewegung wo es ist wirklich zum blick total verschlafen wie dass er schlaft zum blick er ist ja rückenkranke weiß wir sind wie der brenner minze nämlich natürlich auch meine brändewaffe vorhanden diesmal hast du granaten schmeiße ich ja der muss schon da weg kommen ich habe noch eine ich komme zurück ok schön ja das war gut dass der nächste brenner minze los wenn man für mich ja schön schicker zu sehen er ist feuer und flamme für dich so schön kann er singen vor allem wie die haut also weg spielst ne das ist so ein bisschen eklig so wie hier ja tatsächlich kummer jetzt ist eine heilung wenn du brauchst guck mal hier zu denken wir mal hier durch oh man wie lange hatten wir schon an einen so ein gegner ne da hat jemand die kurze ried ist aber ich habe auch keine bombe mehr ich habe bloß noch monotovs ok ich habe nur noch eine gut schmeiße ich die sorgen ich muss erst die hoes kaufen hat diesmal ist aber geflogen oder ja und der andere auch der andere auch ja das ist sehr gut aus aber er hat den arm nach vorne nehmen müssen weiß man so wie supermann früher ich doch alkohol 10 ist das hier snack jetzt sammelt hier snacks vom boden ja aber vor allen dingen unten aber gut wenn eine strafstaste nicht hier kommen wir zur kirche zur kirche stand da eben direkt oder keine ahnung da schon jedenfalls zur kirche unterirdisch verbunden wäre auch nicht so verkehrt wo sind wieder jetzt raus gekommen und guck mal naja ich sehe das schon ok ja irgendwo sollten wir jetzt hin aber wir sind wieder an der frischen luft ja sieht alles schon mal ein bisschen anders aus ich würde sagen einmal zur kirche ja ja was man für kloppen und auch wieder kaufen können genau wir laufen erst mal hier hoch wir brauchen wir ein bisschen deodorant weil wir waren ja jetzt da unten nur in diesem ollen mucht keller da muss man sich ja ein bisschen frisch machen ich habe gedacht dass für die gegner dass wir die ein bisschen frisch machen ja das auch so Untertitelung des ZDF, 2020